Es ist jetzt deine zweite Chance, dir die Staatsbürgerschaft von Antiguan Barbuda vergünstigt zu kaufen, bevor die Preise um wenigstens 100.000 US-Dollar nach oben gehen. Denn heute hat mich die Memo aus Antiguan Barbuda erreicht, dass die Deadline vom 30. Juni 2024 um 30 Tage verlängert wird. Ab diesem Zeitpunkt wird die Karibik-Staatsbürgerschaft um 100.000 US-Dollar wenigstens mehr kosten. Es gibt sogar schon die neuen Preise. Bei einer Familie von 1 bis 4 Personen soll die neue Contribution bei 230.000 US-Dollar liegen. Aktuell warst du hier also weit über 100.000 US-Dollar, wenn du heute noch von der Umsetzung kommst. Wir haben schon eine zweistellige Anzahl an Klienten dabei geholfen, in Antiguan Barbuda und anderen Preise-Staaten eine Staatsbürgerschaft zu kaufen. Das heißt, wir sind da auch schon sehr eingependelt in diesem Bereich. Wenn du jetzt noch diese letzte Chance ergreifen möchtest, weil du vorher dachtest, du kannst die Deadline nicht einhalten, und jetzt hast du die zweite Chance, in 30 Tagen kannst du diese Dokumentation auch wirklich mit uns zusammen einreichen und du kannst dir den alten Preis sichern, dann kommentiere jetzt einfach mit Antigua und ich sende dir alle weiteren Informationen zu, auf wie du einen unverbindlichen Kostenvoranschlag stellen kannst. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020